Und bist du gerade dabei, durch deine Gedanken deinen zukünftigen Stress aufzubauen? Wenn das so sein sollte, dann zeige ich dir jetzt hier in diesem Video eine kleine Anleitung mit der uralten Klopftechnik, die dir dabei hilft, den Stress von morgen heute schon zu reduzieren und aufzulösen. Ich bin Elena Sommer und als Expertin für radikale Stressreduktion zeige ich dir jetzt, wie du die Klopftechnik dafür nutzen kannst, innerhalb von wenigen Minuten deinen zukünftigen Stress aufzulösen. Wir beginnen jetzt am Augenbrauenpunkt mit dem Satz, ich lasse jetzt meine zukünftigen Gedanken und Gefühle los und bin vollkommen entspannt. Ich lasse meine zukünftigen Gedanken los und bin vollkommen entspannt, wenn ich an morgen denke. Ich lasse, wir gehen jetzt neben dem Auge, ich lasse jetzt meine zukünftigen Gedanken los und bin vollkommen entspannt, wenn ich an morgen denke. Unter dem Auge, ich bin vollkommen entspannt, wenn ich an morgen denke. Unter der Nase, morgen ist erst morgen. Kindpunkt, und wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was morgen alles sein wird. Schlüsselbeinpunkt, ich bin vollkommen entspannt, wenn ich an morgen denke. Unter dem Arm, meine zukünftigen Gedanken lasse ich jetzt los, denn ich bin entspannt, wenn ich an morgen denke. Pulspunkt, ich lasse meine zukünftigen Gedanken los und bin total entspannt, wenn ich an morgen denke. Kopfpunkt, ich bin offen und gewillt, total entspannt im Hier und Jetzt zu sein, wenn ich an morgen denke. Und wieder tief ausatmen, wiederhole diese Klopfrunde so oft du kannst, damit sich deine jetzigen Gedanken nicht in zukünftigen Stress manifestiert. Und wenn du mehr wissen willst, dann schau dir doch gerne diese Videos her.